Hey Süße! Schwestern wieder Vereinigung! Was machst du so? Ich hab jede Menge Spaß. Darin brauche ich keine Lotion. Doch, und ob sie die da brauchen? Wir suchen einen Landschaftsgärtner, der sich mal unseren Busch vornimmt. Ich wette, wenn sie an so nem Busch rummachen, rubbelt sich das Unkraut von ganz allein weg. Das war ordinärer als ich dachte. Sorry, ich werd ganz schnell ordinär. Nein! Mama und Dad haben unser Haus verkauft! Sie hätten es uns vererben sollen! Alles was wir wollen ist, dass ihr euer Zimmer ausräumt. Es ist wirklich ne Schande, dass du es hier nicht hast krachen lassen. Wir schmeißen hier keine Party. Du bist seit zwei Jahren geschieden, du kannst dich nicht ewig davor drücken, die Beine breit zu machen. Du wirst mich nicht überreden. Wir haben doch so viel zu tun. Lad sofort den schnuckligen Gärtner ein. Hi! Hey! Ich bin Maura. Ich bin James. Ich wollte mal Hallo sagen und das war's auch schon. Au! Also die Titten gucken schon ein wenig raus, aber das Kleid steht mir gut. Sie haben den Rücken vorne. Ich versteh dieses Kleid nicht. Einer meiner Äpfel fällt dauernd raus, aber ich finde mit den Fransen erzählt das Kleid seine eigene Geschichte. Oh! So geht's. Ich hab nachgedacht. Wieso? Übernimmst du den Part der Partymam heute und ich werd dann die Sau rauslassen? Es wär mir ein Vergnügen. Ich hörte schon, dass ihr eine Party veranstaltet von jemandem, der eingeladen wurde. Das ist echt traurig. Das ist ja ein super Gürtel. Oh, dankeschön. Gratuliere zur Wrestling-Meisterschaft. Wir müssen uns von diesem Haus verabschieden. Wir hatten ja viel Spaß. Für so alte Jungs wie dich war ich in meiner Jugend sehr empfänglich. Mein Safe Word ist, mach weiter. Ich fänd's toll, wenn ihr anfangen konntet, den Bereich, wo ihr gerade steht, sauber zu machen. Oh! 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 Bist du auf was Spitzes gefallen? Ja! Ist wohl meine Ballerina-Spieluhr. Die Melodie ist wunderschön, oder? Und es ist zu... Nein!